Hey Leute, was geht? Ello Tricks ist hier. Nein, Spaß. Ich bin hier und so. Und das erste Mal mit Facecam am Start, weil mir einige Leute in die Kommentare geschrieben haben, was heißt einige, so circa 10 Milliarden, wenn nicht sogar Billionen. Ganz klein bisschen übertrieben war das jetzt, das gebe ich ja zu. Fuck, es geht los, es geht los. Achso, wir sind hier übrigens auf The Hive and Survival Games und wir sind hier wieder auf dieser Kack-Map, auf der ich mit Ceronic war, wo Ceronic allerdings nicht aufgenommen wurde. Diesmal ist das Problem, mein Windows wird wieder nicht mit aufgenommen. Das ist einfach, weil ich diese Kopfhörer, jetzt gerade mal das erste Mal benutzt habe, meine iPhone 5 Kopfhörer. Ganz einfach, weil ich jetzt nicht mit meinem Headset hier sitzen wollte. Wenn das hier so, das ist so klumpig, wisst ihr, dann seht ihr mich nicht, dann gehen meine Haare kaputt, die sind eh schon voll kaputt. Aber naja, warte, da sind die Kisten. Ich muss nur gleich irgendwie da drauf kommen. Hallo Luca. Ich kann mich auch nicht umbenennen in Survival Games, das ist auch relativ doof. Ich habe mir jetzt allerdings gedacht, dass ich jetzt mal mit Facecam aufnehme, weil mir einerseits das ganz viele in den Kommentaren geschrieben haben und andererseits habe ich gerade drei Freistunden, das heißt, ich wollte eh noch ein Video drehen, weil ich heute noch kein Video habe, was ich hochladen kann. Ja, ich weiß, wie ich heiße. Ja, da habe ich mir gedacht, nehme ich mit Facecam. Es geht in fünf Sekunden los. Oh mein Gott, ich habe auf jeden Fall schon mal Sachen, das ist ja schon mal ganz gut. Weil es geht hier natürlich sofort los. Das ist natürlich Survival Games, da geht es sofort los. So, ich will diesen Win-Server-Typen töten. Ganz einfach, weil der ein Steinschwert hat. So, ich bin auf jeden Fall gerade schon mal ganz gut dabei. Schöner Blick in die Kamera. Ich bin King. Ich hoffe, hier ist keiner. Da oben ist noch jemand, der ist einfach AFK, das ist auch schon mal ganz gut. Weil für jeden Kill kriegt man natürlich Punkte. Obwohl, wenn der AFK ist, kann man den, glaube ich, nicht schlagen. Ne, wenn er nicht losgelaufen ist, dann kann man den noch nicht schlagen. Ähm, für jeden Kill kriegt man natürlich Punkte. Und das ist ja natürlich eine ganz super Sache, ne, Freunde? So, warte, sorry, you can't open crazy with a weapon. Oh, jetzt habe ich hier so eine Angel in der Hand. Das ist ja so ein Köder in der Fresse. Wisst ihr, habt ihr mal so einen Wurm in der Fresse? Wisst ihr auch, wie sich das... Oh ja. Guckt mir hier irgendeiner zu, wie ich mich jetzt zum Affen mache? Ne. Äh, gut. Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache einfach mal ein Facecam. Äh, ich wollte schon viel früher, ne? Also, äh, als ich mich gezeigt habe, dachte ich mir so, ey, komm, nimm es direkt mit Facecam auf. Was ist meine Canon Kamera da? 600D oder was? Das ist... Ja, ist es... Ich weiß nicht mehr, was ich für eine Kamera... Ne, doch, weiß ich. Ähm. Ähm, war... Wie ist das... Ach so. Ähm, meinte einfach mal so zu sagen, ja, du bewegst dich nicht, da stoppe ich doch einfach mal die Aufnahme mittendrin. Und ich natürlich, so klug, und ich klappe ja immer den Bildschirm, den ich hier neben habe, hier, den klappe ich immer so zurück, damit ich ihn nicht nebenbei in diesen Bildschirm reingucke. Das mache ich nämlich gerade auch wieder. Äh, das ist einfach so, dass man sich selbst anguckt, weil einfach so eine Linse gucken, was ich jetzt gerade zum Beispiel mache, das ist relativ schwierig für den Menschen. Das ist bei euch auch so, wenn ihr irgendwie FaceTime macht oder so, ich weiß nicht, ob ihr das macht, also ich mache es nicht, aber wenn ihr skypt oder so, und ihr zeigt euch und der Gegenüber zum Beispiel nicht, dann guckt ihr grundsätzlich euch selber an und nicht halt irgendwo anders hin oder in eine Kamera oder in euren Webcam, sondern, hi, ich töte dich trotzdem. Das ist Survival Games, da ist nichts mit Frieden. Ähm, Alter, der hakt aber ganz schön, der Typ. Na gut. Ähm, Oh, da komme ich nicht hoch. Oh, da oben ist aber, nee, okay. Weed, weed, eat, weed. Oh. Da komme ich nicht runter. Wo ist da irgendwo eine Kiste? Das ist doch eine Kiste, oder? Nee, ist nicht. Achso, ich kann jetzt wieder, ich kann jetzt nicht mit einer Dings öffnen. Hallo, ich bin Minecraft. So, ähm, weil da guckt ihr automatisch immer daneben rein, in den Bildschirm, wo ihr euch seht und nicht in die Linse. Ich sag jetzt einfach mal, dass das festgestellt wurde von irgendwelchen ganz professionellen Wissenschaftlern, aber keine Ahnung, aber ist halt einfach so. Das ist menschliches Verhalten. Wow, wenn ihr Pädagogik habt, dann wisst ihr, was das bedeutet. Ich hab selbst keine Pädagogik. Hätt's aber gern. Na gut, ähm, ich hab grad doch schon wieder eine Runde aufgenommen auf The Hive TroubleMindville. Sache ist allerdings, dass, äh, mein Frapstar, Alter, alter, alter. Lass mich bitte in Ruhe. Also, mein Frapstarball ist abgestürzt und ich konnte die komplette Aufgabe, äh, Dings nicht verwerten. Oh, jetzt lauf ich auch noch gegen so eine Wand gegen. Das ist natürlich jetzt total optimal. Oh, ah. Blöd Mann, nein. Ich hab nur noch zwei Dings. Geh weg. Oh, verdammt. Ich hab überhaupt keinen Bock, dass der mich jetzt hier irgendwie kippt. Oh, ich bin okay. Wieso, wieso ist denn der schneller als ich? Was ist denn das? Na gut, äh. So, mehr Spieler. Okay, machen wir nochmal eine Runde, ne? Sind wir jetzt bei fünf Minuten. Pff, kann man ja auch eine Runde machen. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Hm, da. Was ist das jetzt hier? Survival Games 5? Ich weiß nicht. Achso, äh, ich bin ja für, so, vote. Survival Games 2. Ja. Ja, komm, geh weg. Ich bin auch noch ein Mensch. Ich koche auch mit ganz normalem Wasser. Ich verstehe das nicht. Warum werde ich jetzt als Star angesehen? Ich mag das überhaupt nicht, dass Leute mir dann, ConCraft the LOL, ConCraft the Team, ConCraft the Hyconi, ConCraft das Beste. Das ist zwar cool, dass ihr das so mal, nimmst auf. Mein Gott. Das ist dann wieder so die Sache, die ich nicht mag, wenn da dann so Leute ankommen und einfach überhaupt nicht schreiben können. Wenn sie einfach nur rumnerven. Zum Beispiel gerade so ein Typ, ConCraft abonnier mich. Und dann hat er das kopiert und dann hat er das Tausend einfach abgespielt. Ja, ich kann dir beim Feed the Beat Server helfen. Das ist ja schön. Ich habe allerdings, wenn ihr mir bei Twitter folgen würdet, wüsstet ihr, dass wir das schon längst hingekriegt haben und heute Abend aufnehmen. Also auch da nicht so aktuell. ConCraft the Team... Nein. Blöd Mann. Wow. So. Ja. ConCraft, ja schön. Oh, Kisten. Das ist ja schön. Da ist nichts drin. Ähm. Hä, wieso kann ich hier laufen? Ach so, ja. Ja, okay. Das ist natürlich dann... Ja, okay. Starts in einer halben Minute. Also nur mal ganz kurz. Ich gucke einfach grundsätzlich... Ich versuche immer in die Linse zu gucken. Dann müsste ich allerdings den Bildschirm wegklappen. Denkt jetzt wahrscheinlich, klappt doch den Bildschirm weg dann einfach. Ist dann allerdings wieder die Sache, dass ich da nicht sehe, ob ich jetzt wirklich aufnehme oder ob der mir wieder sagt, hey, du bewegst dich zu wenig. Du kannst nicht weiter aufnehmen. Fabio. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, habe ich das in dieser Aufnahme gesagt, das mit Fabio, dass ich gleich wieder zur Schule fahre oder nicht? Egal, ich habe jedenfalls Freistunden und fahre gleich wieder zur Schule. Und... Hä, die Map habe ich auch noch nie gespielt. Das ist aber nicht das, was ich vorhin abgestimmt habe. Na gut. Diese Person hat einen Speedhack. Das finde ich auch ganz schlimm, wenn man das hat. Da ist auch noch so eine Person mit Speedhack. Nee, doch nicht. Aber ich verstehe das einfach nicht. Warum macht man sich einen Speedhack rein? Was bringt denn das? Toll, dann ist man schneller, aber man kann einfach Doppel-W drücken. Oh, da sind die Kisten. Und? Ich verstehe allgemein nicht, warum man hackt oder cheatet, weil was macht denn da noch Spaß? Ich meine, bei GTA ist das was anderes. Da mache ich das ja auch. Bei GTA spiele ich nie die Story, da cheat ich einfach nur rum. Ja. Hm. Wie lange denn jetzt noch? Gott, danke für die Kisten. Amen. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Hey. Oh mein Gott, ich sprinte ja nicht mal. Na toll, da habe ich hier nur so Kack-Schuhe. Hundertprozentig werde ich gleich eh wieder von irgendjemandem geschlagen. Na gut, ich tue erstmal so, als ob ich schwer bewaffnet wäre und schlage hier auf alle drauf und bam und putz. Oh mein Gott, der hat ein Schwert. Ah, der läuft mir doch nicht hinterher. Muss hier irgendwie wie weg und überleben. Oh, da sind schon wieder so viele Leute. Das ist einfach so der Sinn des Lebens. Einfach weglaufen und überleben, leben und leben lassen. Alter, da unten ist nicht tatsächlich noch eine Kiste? Ah, doch. Wow, das bringt mir jetzt... Alter, was will der denn? Geh doch weg. Was soll das? Wieso verfolgt der mich? Der ist mir vorhin schon hinterher gelaufen. Das ist Survival Games. Da spielt man gegeneinander. Mensch, der hat einen Helm auf. Ne Reifen verloren. Wolfgang, pass auf. So, Jump Skills like a Pro. Like a Con. Mann, lass mich hier rein. Leer. Alter, wenn der Typ jetzt nicht weggeht, dann schlage ich den nochmal mit der Hand tot. Wie, 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 wie doof, bitte. Alter, ne, der hat einen Helm, das träume ich nicht. Der hat noch einen Helm, ich hab noch Schuhe. Mein Gott, das sind hier Kämpfe auf einem ganz, ganz tiefen Niveau. Der hat ein Helm, ich hab Schuhe. Ich weiß nicht, hier sind noch hinter dem Meer, ich will nicht gucken. Nein, aber das ist ein anderer. Hilfe. Nehm ich noch auf, ich nehm noch auf. Ja, okay, das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Warum sind denn so viele hier am Dorf? Ich verstehe auch gerade gar nicht, warum das hier so ruckelt. Mein PC ist doch Killer. Oh mein Gott, und die ist leer. Verstecken, verstecken, da ist alles hier. Oh mein Gott, der hat ne Angel. Wow, ne Angel macht aber keinen Schaden, du Witzbold. Okay, der kann mich wegschubsen, das ist ja toll. Alter, ne Angel macht doch keinen Schaden, oder? Leute, macht ne Angel Schaden. Könnt ihr jetzt erstmal genützlich was essen hier. Oh, ich wünsche einfach, der geht weg. Das ist wie, der ist wie so ein... Ja komm. Ja komm, mach ruhig weiter, schön. Interessiert mich nicht. Hm, cool. Sorry übrigens, dass ihr keinen Ton habt, falls ich's schon gesagt hab. Ich weiß ja nicht. Oh fuck. Jetzt muss ich weglaufen. Ähm, das ist ganz einfach aus dem Grund, weil... Oh nein, oh nein, oh nein. Weil... Haha, angetäuscht. Nein, okay. Ich schaff das eh nicht mehr. Ähm... Weil ich ja gerade meine kleinen Kopfhörer drin hab, von meinem iPhone 5. Und dementsprechend kein... Oh, jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Äh, dementsprechend hab ich keine Treiber bisher dafür installiert, beziehungsweise weiß allgemein nicht, ob das überhaupt so alles geht, wie ich mir das gerade ausgemalt habe, dass ich die hier einfach drin habe. Weil ich hör grad selber keinen Sound. Äh, deswegen habt ihr wahrscheinlich gerade auch keinen Ton. Ja, wieso lebe ich eigentlich noch? Ich hab ein halbes Herz, also der, der auf mich drauf geht, da bin ich direkt tot. Egal mit was der mich schlägt und wie viel Rüstung der andere hat, ich kann jetzt eigentlich nur noch weglaufen. Also, naja. Ich werd in Zukunft auch versuchen, dass ich die Kamera von hier, wo sie jetzt steht, da hinstelle, damit ich da so frontal drauf gucke. Sieht man das so frontal? Also, ja, sieht man. Ähm... Ja, Leute, ich glaub, ich spring jetzt einfach vom Berg runter, das ist doch langweilig, oder? Ihr wollt auch keine Runde von mir sehen, wo ich einfach nur davon laufe. Da oben ist ein Typ am Ding, am Gipfel. Gipfel. Oh mein... Oh, ein Drache. Ein Drache. Von dem möchte ich einen Screenshot machen. Oh ne, das ist auch schön da. Da unten das Dorf, das war eigentlich auch voll cool. Die Map ist an sich irgendwie relativ cool. Ich laufe einfach mal so ein bisschen rum wie so ein Tourist, ne? Hm, hm, hm. Oh, guck mal, ein Chineser, ein Drache. Hallo. Oh mein Gott, ach so, das ist halt ein riesiger Wasserfall. Da stimmt's, hab ich auch nicht gesehen. Hm, 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 hm. Immerhin das. Hm, hm. So, jetzt kommen wir auf Screenshots. Ja, Leute, also ich würd echt sagen, dass ich hier jetzt einfach runterspringe. Ich lasse jetzt meine... Yo, was geht? Ich sag ja, die Kamera hört zwischendurch einfach mal so oft zu filmen. Kein Plan warum. Äh, was ich... Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich lasse jetzt einfach mal die Sachen hier fallen. Und spring da gleich einfach mal einfach runter. Weil ich keinen Bock habe, dass ihr einfach so eine Runde vor mir seht. Komm, hier, die Schuhe schmeiß ich auch noch hin. Ne, das sind die Schuhe, die beschützen mich bestimmt vom Fallschaden. So. Geronimo! Hey! Äh. Epischer Sprung. Na gut. Äh, ich bin tot. I come. Ähm, ich würd sagen, wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch geben. Wenn's euch nicht gefallen hat, einfach auch einen Daumen hoch geben. Nein, Spaß. Ähm, freie Meinungsäußerung und so, ja. Ähm, hi chris36. Ich würde einfach sagen, wenn's euch gefallen hat, ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was euch gefallen hat. Ähm, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr eventuell noch so sehen wollt an Projekten. Und, äh, ob ihr irgendwelche Verbesserungen habt bezüglich Facecam, ob ich das irgendwie besser darstellen könnte. Tschüss und schöne Ferien euch. Übrigens sind auch noch ein paar Projekte geplant, vor allem mit Gomme ist was geplant. Dann Real Life mit Steffen auf jeden Fall eine Menge. Da haben wir klasse Ideen, aber super Ideen haben wir da. Das ist richtig Chocosell. Und müssen wir mal gucken, was draus wird, ne? Tschüss. Tschüss.